Petrus aber antwortete und sprach zu ihm, Wenn sie auch alle sich an dir ärgerten, so will ich doch mich nimmer mehr ärgern. Jesus sprach zu ihm, warum ich sage dir in dieser Nacht, ehe der Hand kräht, wirst du mich dreimal erleiden. Petrus sprach zu ihm, Und wenn ich mit dir sterben müsste, so will ich dich nicht verleugnen. Desgleichen sagten auch alle Jünger, Ich bin hier bei dir stehen, 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 und ich meine Ber��анд AIR in Casa, ich bin hier bei dir잖, Ich bin hier bei dir dominde, ich bin hier bei dir colour ambrar.